Nummer 1. Euraton. 2020 geborener Wallach. Er stammt ab vom Escamelo. Feedback Jess Rubin. Bereits hochplatziert in Reitpferdeprüfungen sowie in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse A. Nummer 1. Euraton. A gelding born 2020 by Escamelo. Feedback Jess Rubin. High placings in novice class dressage tests for young horses. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020